Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh! Hallo! Die Kollegen! Ist aber nett, dass ihr mich so unaufgefordert zu euch hier rübergeholt habt! Oh! Das Übersams! Was verschafft mir die Ehre? Was sagt die Samsregel Nummer 418? Samsregel Nummer 418 sagt ganz klar und unmissverständlich, dass... Darf ich noch mal sehen? Oh! In dieses Buch sieht niemand außer mir! Samsregel Nummer 12! Ach! Konnte ich Regel Nummer 12 nur vergessen! Samsregel Nummer 418! Wenn ein Sams 10 Jahre, 10 Tage, 10 Stunden und 10 Minuten bei einem Menschen lebt, geschieht etwas sehr Besonderes! Besonderes! Ah! Interessant! Um Unheil abzuwenden, befehle ich dir daher, die Familie Taschenbier sofort zu verlassen! Was für eine strottumme Idee! Ich gehöre doch zur Familie Taschenbier! Seit 10 Jahren! Solche Krisen kennen wir doch alle! Das mit dem Kündigen will ich gar nicht gehört haben, das vergessen wir ganz schnell wieder! Ja! Schön, dass Sie sich entschlossen haben, bis durch Ihre Pensionierung meinem Betrieb treu zu bleiben! Ja! In diesem Sinne! Oho! 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 Nie flaf nun! Oho! Äh! Schnick-Schnack-Stock? Schick-Schnack-Stock! Schneide-Papier! Ah! 1 zu 0 für mich! Noch ein Spiel! Nach 10 Jahren, 10 Stunden, 10 Minuten, wird etwas... Unglaubliches passieren! Du bist ein Sams! Ja! Mit... Ah! Hab ich einen Hunger! Samss! Ich wach das nicht! Ich habe den Verdacht, dass er verrückt geworden ist! Verrückt? Das ist ein völlig unangebrachter Ausdruck! Haben wir den auch im Blauen? Die sind etwas schmilder! Ja! Wie geht's uns denn heute? Sind Sie Allgemeinmedizin oder Hals-Nasen-Uhr? Ich bin doch kein Arzt! Oho! Wir haben lange dafür geübt, Häufchen! Was willst du mir denn sagen? Kack-Spech! Hast du dir schon mal überlegt, wie man sich als Rückwärtsgang fühlt? Ich bin der Sams im Glück! Ich hab da mal ne Frage! Nach dem gleichnamigen Buch von Paul Mahr Im Frühjahr im Kino Ich hab da mal nehmt, wie man sich als Rückwärtsgang fühlt. Ich hab ihn condemn, wie man sich als Rückwärtsgang fühlt. Entschuldigung und Steleri